Stell dir mal vor, du hast ein Gadget, das steckst du in die Wandsteckdose, in eine Mehrfachsteckdose, machst kurz in der App einen Account, verknüpfst die beiden Dinge miteinander und dann macht es für dich das eigene und vor allem das perfekte Internet. So viel verspricht zumindest der Hersteller des Blume und da haben wir es auch. Und das habe ich für euch schon mal ein bisschen ausprobiert. Das heisst, ich werde es jetzt zuerst mit euch kurz auspacken und dann gehe ich nach und nach durch. Und hier kommt auch schon das Paket, kurz geöffnet. Man muss dazu sagen, die Blumes gibt es einzeln im Verkauf, die gibt es im 3er und glaube ich auch im 6er oder 4er Paket. Je nachdem, wie man sie kauft, wo man sie bekauft, bekommt man dann das jeweilige Paket. Die Schachteln sind einfach gehalten, schön grau, aber da gehe ich gleich nachher nochmals ein bisschen genauer rein. Zuerst mal all die ganzen Plums rausholen. Was ist eigentlich eine Mehrzahl von Blumen? Plums? Ich sollte mehr Englisch lernen. Die einzelne Schachtel, wie vorhin schon gesagt, grau gehalten. Der Markenname ist oben drauf. Oben rechts steht da was drin ist, ein Super Pot. Und hier leicht seitlich, könnt ihr sehen, rundherum ist so ein schönes Relief aufgedruckt. Auf der Rückseite noch der Serial, den muss man natürlich nicht unbedingt zeigen. Ich würde sagen, wir packen das Ganze aus und das gefällt mir. Schön da aufgebereitet, kurz hochklappen, da kommt ein Welcome Text. Den kann man auch gleich zur Seite legen. Respektive, da wird noch kurz gezeigt, dass man das Teil nachher schön zerlegen kann und man keinen Abfall hat. Super, wirklich ganz toll von Blume, was man hier sich überlegt hat. Ich bin ja ein Verpackungsfetischist, aber ich mag es auch, wenn da nicht Kunststoff- und Plastik-Geschmeus drin ist, das man nachher wegschmeissen muss. Der Blume selber hier unten mit zwei Ethernet-Ports, Gigabyte-Ethernet-Ports und einem Lüfter, sowie auch hier seitlich ist ein Lüfter, wo man es einsteckt. Alles in allem ein schönes Sechseck. Unten drin findet ihr noch die Bedienungsanleitung, sowie ein stabiles und flaches Ethernet-Cable. Schickes Kabel, wie ich finde, auch in Weiss gehalten. Somit verbindet ihr eine Blume nachher mit eurem Router und könnt dann das Netz einrichten. Hier noch eine kleine Bedienungseinleitung, die wirklich klein ist. Braucht aber auch nicht mehr, weil, wie gesagt, sofort installiert, kurzer App-Zugang und schon ist das Ganze gemacht. Kommen wir zur Konfiguration. Wenn eure Blume eingesteckt ist, verbindet ihr euch zuerst mal mit dessen WLAN-Signal. Geht dann in die Blume-App und dort müsst ihr zuerst mal einen Account einrichten. Wenn ihr das gemacht habt und euch eingeloggt habt, könnt ihr über das Plus den Blume hinzufügen und dann schaut es bei euch so aus. Der erste Blume ist mit eurem Smartphone verbunden und hier seht ihr, ich habe schon drei von denen. Oben links könnt ihr, wie gesagt, die Matrix einblenden von den aktuellen Superpots, die im Einsatz sind, wo die verteilt sind. Wohnzimmer ist hinter mir. Lustigerweise bin ich hier im Schlafzimmer drin, obwohl der vom Wohnzimmer gleich hinter meinem Rücken ist. Ihr seht auch, wie die Verbindung da ist. Ich bin im 5 GHz Bereich unterwegs und in welchem Kanal. Ich kann pro Pod anschauen, welche Geräte damit verbunden sind. Die Apple Watch, das Huawei P30 Pro, der New Edition, das P40, was rechts nebenan liegt und das MacBook, was ihr hier sehen könnt. Und beim Kind, da ist mein Z-Flip hinten. Das hat eine schlechte Verbindung, das schauen wir uns nachher genauer an. Dann haben wir im Schlafzimmer des ersten Kindes nichts. Und unten rechts könnt ihr euch noch alle Geräte anzeigen, die mal mit dem Blume verbunden waren. Zum einen ist das aufgeteilt in Zuhause, in Gäste. Gäste können natürlich in ein eigenes WLAN reingehen und Leute, die nur Internetzugriff haben. Also kein Zugriff auf andere Geräte in eurem Netzwerk. Unten in der Mitte könnt ihr es noch nach Personen aufschlüsseln, denn die einzelnen Geräte, hier aktuell nur 16 unserer Geräte, sind aufgeschlüsselt auf die einzelnen Personen, sodass ihr aber auch der Supporter sehen könnt, wer und was genau bei euch im Netz nicht gut ist und bei welchen Geräten. Hier sieht man Schlafzimmer und K1 super, K2 schlecht und Wohnzimmer angemessen. Dazu komme ich nachher noch. Das liegt aktuell daran, weil ich zwei WLANs gleichzeitig laufen habe. Das Blume und das von Fritz. Das stört das andere anscheinend. Da muss ich einen weiteren Test machen, aber das habe ich ja vorher schon angekündigt. Dann gibt es die Möglichkeit vom Homepass. Hier könnt ihr Geräte, Passwörter vergeben, WLAN-Passwörter. Dann gibt es den Online-Schutz mit KI. Ihr habt IoT-Sicherheit, da werden eure Kameras etc. überwacht, Werbeblocker, Datenschutz etc. Ihr habt die Geschwindigkeitstests, die ihr einschalten könnt, dass die automatisch gemacht werden. Plus noch den Support. Hier könnt ihr direkt anfragen, wenn ihr ein Problem damit habt. Oben rechts findet ihr noch Bewegungserkennung. Das ist ein neues Feature, was aktuell, glaube ich, in der Beta oder Halbbeta ist. Da sollen Funktionen dazukommen, wie eben, wenn ihr zu Hause seid, dass dann gewisse Smart Home-Geschichten nicht laufen und solche Geschichten. Da kann man dann ein bisschen was einstellen. Ist aber, wenn ich richtig informiert bin, erst in der Beta-Phase. Und das werde ich mir natürlich dann auch noch ein bisschen genauer anschauen. Hier habt ihr die Möglichkeit zu sehen, wo das Smartphone verbunden ist. In welchem Kanal, in welchem Gigahertz-Bereich. 2,4 oder 5 Gigahertz. Und ihr könnt hier auch eine Verbindungsgeschwindigkeit machen. Hier seht ihr zum Beispiel, in den letzten 24 Stunden habe ich 3,51 Gigabyte durchgebraten. Und 202 GB hochgeladen, besser gesagt. Das Gleiche gibt es natürlich auch. Und dann sieht man, ich war nicht zu viel zu Hause in letzter Zeit. In den letzten sieben Tagen waren es die Werte. Und in den letzten 30 Tagen nicht viel mehr, weil das erst seit knapp zwei Wochen im Einsatz ist. Ich kann den Online-Schutz aktivieren, die Zugriffe auf Inhalte beschränken und den Werbeblocker einrichten. Hier beim Zugriff, kindergerecht, jugendgerecht. Das werde ich mir natürlich mit meinen Mails mal anschauen. Und bin gespannt, wie sich das dann auswirken wird, auf deren ihr Surfverhalten. Was auch möglich ist, natürlich so einen Super-Pod umzubenennen, wenn ihr den nochmal irgendwo anders reinmacht. Und das Gerät anderen Personen zuzuordnen, falls das nicht mehr stimmt oder mal ein Gerät den Besitzer wechselt. Geschwindigkeitstests, ich habe es vorhin angesprochen, die werden regelmässig ausgeführt, sofern man das nicht deaktiviert. Hier könnt ihr auch schauen, wie schaut es in den letzten 24 Stunden, sieben Tage oder eben 30 Tage aus. Und wie ihr sehen könnt, wir hatten durchgehenden, einigermassen schnellen Internetzugang irgendwie. Dann kann man einen Test auch manuell starten. Dazu wird zuerst der graue Balken aufgefüllt mit den Testvorbereitungen. Dann wird es violett. Damit werden die Download-Geschwindigkeiten überprüft. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, rattert ein bisschen. Ich werde es ein bisschen schneller laufen lassen. So, die Geschwindigkeit wurde ermittelt. Das ist natürlich direkt an Blume im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, respektive direkt am Router gemessen. Das werde ich auch mit einem Speed-Test noch ermitteln. Und hierzu nehme ich mal das Huawei zu Hand und messe das Ganze, was da zusammenkommt. Jetzt könnt ihr schön sehen, ich bin auch hier wieder in einem anderen Raum. Ich komme hier auf 372, 308 Download und 377 Upload. Kann man verkraften, damit kann man leben, würde ich sagen. So, das war jetzt der Installations- und Konfigurationsprozess. Mehr habt ihr eigentlich auch nicht damit zu tun. Einmal kurz Konto einrichten. Das Ganze verknüpfen, die Superpods einrichten, am richtigen Ort deponieren. Dafür gibt es auch Apps. Am besten schaut ihr mal am Pocipsi.ca-Blog vorbei. Da gibt es Lösungen, wie man das WLAN ausmessen kann, damit man weiss, wie man den dann schlussendlich richtig platziert. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, das Mesh-Set von meiner Fritz-Box, was ich noch aktuell gleichzeitig am Laufen habe. Es sind noch einige Geräte, die nicht über den Blumen gehen. Das muss sich noch ändern und dann werde ich den Fritz-Router deaktivieren und rein über den Blumen gehen für die nächsten zwei, drei Wochen, damit ich euch dann im Testbericht auch sagen kann, wie das Ganze funktioniert hat. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man das Ganze installiert. Ihr habt gesehen, wie man das Ganze konfiguriert und schlussendlich auch laufen lässt. Jetzt werde ich nach Hause gehen und mein Fritz-Netzwerk mal deaktivieren und für die nächsten eins, zwei, drei Wochen schauen, wie dieses Blumenetzwerk für uns arbeiten kann. Hier bin ich natürlich sehr gespannt mit meinem Fritz Repeater 3000. Video werde ich oben und unter verlinken. Habe ich es ja geschafft, ins dritte Zimmer zu kommen, da wo meine beiden Kleinsten sind, damit die da auch Netz haben. Ich bin gespannt, ob der Blume das auch hinbekommt. Wie ihr gesehen habt, ich habe vier dieser Pots im Einsatz. Das müsste eigentlich reichen. Ein einzelner Blumen sollte zwischen 60 und 70 Quadratmeter abdecken können, sofern die Blume jeweils an der Innenwand montiert sind und nicht an der Aussenwand. Das soll ein deutlich besseres Ergebnis liefern. Macht für mich Sinn, denn ich habe euch schon im Fritz Repeater 600 erklärt, dass ihr den Repeater nicht am Ende des WLAN-Signals deponieren solltet, sondern da, wo das WLAN-Signal noch stark ist, damit der Repeater, und das sind die Superpots von Blume natürlich genau gleich, auch die nehmen das WLAN-Signal auf, das sie haben und verteilen es weiter. Und wenn das natürlich das ganz mieses Netz ist, weil am anderen Ende der Wohnung, des Hauses, dann kann man natürlich auch so einen Superpot nicht saubern. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das funktioniert. Und vor allem bin ich gespannt, wie ihr das findet, denn, ja, hier kommt die Cloud zum Zuge. Der Anbieter, der das System hat, der hat da, wenn er unbedarfte Kunden hat und die nicht wissen, wie das Ganze technische funktioniert, dann ist so eine Blume eine ideale Lösung. Könnte man denken, der Techniker dahinter hat einen grossen Einblick, er sieht, was da passiert, er sieht, was für Geräte, das dahinter verbunden sind, sieht, welche Geräte Probleme machen, ob es am Superpot liegt, ob es am Signal liegt, was vom Router herkommt oder ob es an einem einzelnen Gerät liegt. Das sieht der Techniker oder besser gesagt der Anbieter, der das System verkauft, ganz genau und kann dementsprechend reagieren. Was mir der Hersteller gesagt hat oder besser gesagt der Importeur hier in der Schweiz gesagt hat, man sieht nicht, was derjenige ersurft, aber man sieht eben, was für Geräte da sind und was die für Probleme machen oder eben auch nicht. Zusätzlich, aber das zeige ich euch dann im ausführlichen Review im Textform auf dem pokipsi.ch-Blog, kommen hier noch diverse Sicherheitsfeatures mit dazu. Die Superpods von Blume haben zum einen die Möglichkeit, aber das habe ich euch ja vorher schon erklärt, von der Absicherung, Werbeblockade und auch sonstige Geschichten. Also alles in allem eigentlich sehr, sehr spannend. Das hätte ich noch lieber bei mir direkt auf dem Gerät und nicht in der Cloud bei einem Anbieter, aber es ist sicherlich für den einen oder anderen Nutzer auch interessant, es so zu haben, also quasi extern gelöst zu haben. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf euer Feedback. Der Testbericht dazu wird in einigen Wochen auf dem Blog online kommen und wer weiß, vielleicht werde ich mich dann nochmals hier in einem Video bei euch melden und noch einmal ein bisschen was über die Erfahrungen dazu erzählen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, besten Dank fürs Abonnieren dieses Kanales, für die Glocke aktivieren, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Daumen runter, wenn nicht, dann aber auch gerne in die Kommentare, was das nicht gepasst hat. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. 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 Vielen Dank.